Hallo liebe Freunde der Säbelshaar-Möwe, hallo liebe Freunde der Panzerei. Herzlich willkommen zu einem neuen Video, diesmal wieder vom, ich weiß gar nicht, vom Fest des HKFW, diesem Traditionsverband des Heereskraftverwesens. Das tut mir leid, das ist immer noch ein Schattenbrecher für mich, ich weiß auch nicht warum, aber ich kriege das nicht so ganz auf die Kette. Ich stehe hier mit Herrn Oberst Posch vom österreichischen Bundesheer, auch noch aktiv. Ich bin noch aktiv. Herr Posch, erstmal vielen Dank, dass Sie sich hier bereit erklären, mit mir ein Gespräch zu führen. Herr Posch hat nämlich auf dem Kanal vom HKFW, den ich euch ja schon im letzten Video empfohlen habe, ein Video, nein zwei Videos gemacht. Zwei Videos. Zwei Videos gemacht zum Jagdpanzer Kürassier, der hier hinter uns steht, und dort hat er den Panzer im kleinsten Detail erklärt, alle Knöpfe und so, was man wissen möchte, alle Funktionen. Das werden wir jetzt nicht nochmal machen, aber als ich das geguckt habe, als Panzer Fan oder auch jemand, der selber auch Videos macht, sind mir ein paar Sachen aufgefallen, wo ich nochmal nachfragen wollte. Und ich dachte, das ist dann für euch auch ein Mehrwert, wenn ihr euch jetzt die Videos von Herrn Posch, also wenn ihr noch nicht gesehen habt, dann nach diesem Video anschaut, die sollen ja nicht einfach jetzt wegklicken, dass ihr dann sagt, okay, da war noch ein oder zwei Sachen hier, die sind jetzt noch ein bisschen klarer. Herr Posch, vielleicht nochmal zu Ihrem Hintergrund mit dem Kürassier. Sie kennen sich da aus, haben Sie dann vorher auch auf dem Fahrzeug gedient, auf dem Panzer? Ja, also ich bin 1980 zum Bundesheer eingerückt, damals zu einem Panzerpateon mit M60A1-Kampfpanzern. Und damals war es so, in der Offiziersausbildung und Militärakademie war man insgesamt ein Jahr an der Waffenschule. Und damals war es noch so, dass alle Fähnerich an allen drei Waffensystemen ausgebildet wurden. Das war der Kampfhands M60A1, der Jagdpanzer-Kürassier und der österreichische Saure-SPZ. Und Führerscheine von zwei Fahrzeugen. Dann war ich lange im Bereich Panzerpateon M60, dann kam ich auf die Waffenschule, also die Panzertruppenschule. Und damals lief gerade die Kampfwertsteigerung Turm-Kürassier. Und da kam ich dann wieder näher mit dem Kürassier in Verbindung. Und dann in meiner Funktion als Leiter der Versuchsabteilung musste ich alle Waffensysteme betreuen. Das heißt, man hat schauen müssen, dass man sozusagen auf allen Positionen oder allen Besatzungsplätzen, auf allen Waffenfahrzeugen, Firmen, auskunftsfähig ist, sozusagen. Und natürlich entsprechend Erprobungen, Neukaufen und so weiter, entsprechend miterproben kann. Ganz viel Zeit verbracht mit verschiedenen Panzern. M60 auch ein interessantes Thema. 19 Jahre am M60. Insgesamt fast 30 Jahre Panzertruppe. Das ist cool. Das ist eine lange Zeit. So lange, wie ich gerade einmal am Leben bin. Fast. Naja. Herr Porsch, vielleicht von Anfang an erstmal, der Kürassier ist ja ein bisschen anders designt als andere Panzer oder auch andere Jagdpanzer. Ich wollte nochmal fragen, wie es mit der konzeptionellen Idee hinter dem Kürassier war. Warum hat er den Wiegeturm? Warum ist er so gebaut? Das ist relativ einfach. Das österreichische Bundesheer nach dem Krieg wurde mit Masse mit geschenkten Panzern der Alliierten sozusagen zurückgelassen. Also die Russen haben die 34 dargelassene Amerikaner M24, die Briten Kromwell. Und die Idee war, und einer der Käufe des Bundesheeres war der französische Jagdpanzer Alm X-13, der an sich diesen selben Turm hat wie der Kürassier. Und die Österreicher haben relativ festgestellt, dass das Waffensystem interessant ist. Es ist ein kleiner, wendiger Panzer. Das heißt, auch auf engeren Wegen im gebirgigen oder im hügeligen Gelände bewegt er sich sehr gut. Mit dem Turm und der Waffenleistung war das Bundesheer zufrieden, nur mit der Wanne nicht. Das war noch ein Benzinmotor, schwierig zu fahren, schwierig zu lenken. Und damals wurde der Schützenpanzer Sauer bei der Firma Steier gebaut, weil die haben ja Sauer übernommen, also Sauer Österreich. Und das Bundesheer ging auf Steier zu und sagt, wir wären mit dem Turm zufrieden, könnte uns nicht eine moderne, bessere Wanne bauen. Und das war die Grundkonzession des Jagdpanzers Kürassier. Gedacht war als Jagdpanzer in rein defensiver Verwendung. Also es gab Jagdpanzer-Pataillone. Dann war geplant bei diesen sogenannten Landwehrstammregimenten Jagdpanzer-Kompanien, sozusagen als Panzer-Element. Und in den Aufklärungspataillonen gab es eine Kompanie, die mit Kürassier und SPZ ausgestattet war. Die sollten eher kampfkräftig aufklären. Das heißt, die SPZ sollten durchaus in den Feind reinfahren unter dem Feuerschutz der Kürassiere. Und dafür war das Fahrzeug eigentlich sehr, sehr gut geeignet. Und das war die Grundkonzeption. Ja, Sie haben ja gerade schon gesagt, dass das schwierig zu fahren ein Thema war. Ich denke hier in Österreich mit dem bergigeren Gelände, hügeligen Gelände, ein größeres Thema. Ich glaube, er ist ja auch relativ eng, nicht besonders breit im Verhältnis. 2,50 Meter. Das war sozusagen bei uns von der Straßenverkehrsordnung, er darf nicht breiter als 2,50 Meter fahren. Das heißt, eigentlich darfst du mit dem Fahrzeug ohne Lotsung fahren. Weil er ist sozusagen nicht breiter als ein LKW. Und das war einer der wesentlichen Gründe. Hatte man da auch dann so Bergwege im Kopf da? Ja, natürlich. Und das war ja einer der Gründe, dass das Fahrzeug wirklich sehr, sehr beweglich ist. Weil der M60 ist damit 3,63 Meter wesentlich breiter als 2,50 Meter. Vor allem Kampfhandsher heißt immer Lotsung und so weiter. Vor allem keine eigene Lotsung, sondern Blaulichtlotsung. Also damals Militärstreife oder Polizei oder Jean-Marie. Und da war dieses Fahrzeug natürlich wesentlich beweglicher. Thema Wiegeturm. Das ist auch ein Thema, das ich nochmal ein Video einzeln aufgreife. Aber wie ist es beim Kurassier? Manchmal sagt man ja, dass es ein bisschen, dass der Höhenrichtbereich eingeschränkt ist. Ist das mehr, weniger? Ist das gut? Gut. Also dieser oszillierende Turm und Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, dass natürlich die Waffenanlage sehr kompakt ist, weil ja sozusagen die Waffe starr eingebaut ist. Ja. Sozusagen mit dem ganzen Turmoberteil geschwenkt ist. Was natürlich den Höhenrichtbereich natürlich etwas mindert. Ja. Weil ich habe hinten die Heckauslage, wo ja die Munitionstrommel drinnen sind. Ja. Und das heißt sozusagen nur so weit, bis er hinten am Maschinendeck ansteht. Ja. Aber das war an sich im Großen und Ganzen kein wesentliches Problem für unsere Einsatzform. Ich hätte gedacht, dass man in Österreich gerade auf ein Fahrzeug setzt, was einen besonders großen Höhenrichtbereich hat, wegen des hügeligen Geländes oder bergigen Geländes. Sagen wir so, man hat sich oft mit der Stellungswahl ein bisschen helfen müssen. Aber wie gesagt, das war an sich, wie gesagt, ich bin auf dem Fahrzeug komplett ausgebildet. Das war nie ein Problem. Und einer der Gründe, warum er glaube ich auch so gut war, er war von der Technik her sehr einfach. Er hatte damals noch ein Schaltgetriebe. Er hatte einen Steier-Lkw-Motor. Also in jedem Raiffeisen-Lagerhaus bekommt man Ersatzteile dafür, Filterpaket und so weiter. Also es war wirklich das Fahrzeug von Haus aus konzeptioniert auf eine gewisse Einfachheit und auf eine gewisse Robustheit. Und man muss sagen, das hat gut funktioniert. Das ist die A1-Version, die dann mit Automatgetriebe ausgestattet wurde. Ein Automatgetriebe von ZDF. Das aber zum Motor sehr, sehr gut passt. Also da wurde gute Anpassungsarbeit geleistet. Also wir hatten bis zu 180 Kures hier. Mir ist kein einziger Getriebeschaden bekannt. Ja. Und ihr werdet sicherlich jetzt im Hintergrund auch schon gesehen haben. Ich werde es reingeschnitten haben, wie Herr Posch, Herr Oberst Posch, das Fahrzeug hier gerade bewegt hat. Und da hat man schon gesehen, dass da einiges an Dynamik drin war. Nein, das Fahrzeug ist sehr, sehr beweglich. Also der M60 war, ich sage einmal, wesentlich träger. Das muss man sagen. Und ich war eigentlich ein gelernter Kampffanzermann. Und als ich das erste Mal mit dem Kures hier mitgefahren bin, habe ich mir gedacht, das ist eine andere Klasse. Also das ist doch wesentlich agiler. Musste aber auch sein. Weil, wie gesagt, die Form war eigentlich, einen Panzerabwehrriegel zu beziehen. Also er steht zurück in den Bereitstellungsraum. Da wurden verschiedene Panzerabwehrstellungen oder Riegeln erkundet. Und sozusagen auf Befehl wurde dann ausgelöst. A, B, C oder wie man das benannt hat. Und diese Riegeln musste er schnell beziehen. Dort feind abwehren. Wobei wichtig war, immer flankierender der seitliche Einsatz. Weil frontal ist die Kanone natürlich damals schon und natürlich mit fortschreitender Technik, die 72er und so weiter, frontal, also unwirksam. Aber seitlich, flankierend, ein sehr, sehr gutes Waffensystem. Vor allem die französische Kanone ist sehr, sehr genau schießend. Und wie gesagt, das muss man beachten und tun, was wichtig ist, dass das Fahrzeug agil ist. Dass diese Riegeln möglichst schnell bezogen werden. Jetzt sind wir ja gerade nochmal bei der Hauptkanone angekommen, der französischen 105mm. Da muss man, denke ich, dazu sagen, für manchen, dass es nicht die Royal Ordnance L7, L7, hier 105mm ist, sondern eben ein M57. Die französische Panzerkanone M57. Wurde sie bei uns genannt. Wie gesagt, natürlich ballistisch schwächer als die L7, die britische, aber trotzdem ein sehr akkurates Geschütz, muss man sagen. Und damals war ja die Hauptmunition, die wir verwendet haben, Leuchthohlleitung und Spreng. Also die LHL, haben wir gesagt. Was ja das Besondere bei der ist, es gibt Züge und Felder, aber bei der rotiert die gesamte Außenhülle. Das heißt, die stabilisiert sich ballistisch zusätzlich. Und die Sprengmunition. Später kam dann die Pfeilmunition oder eigentlich KE, kinetische Energiemunition dazu. Ganz zum Schluss des Queries hier hat das Bundesamt mit der österreichischen Firma noch eine Tandem-Hohlladung entwickelt. Gedacht gegen Fahrzeuge, gegen Reaktivbehandlung. Die Entwicklung fertig und dann wurde das Fahrzeug leider aus dem Betrieb genommen. Ärgerlich. Absolut, ja. Genau. Was mir aufgefallen ist in dem Video, was Sie ja hatten, was ich euch auch verlinke, ist, dass die Ladetrommeln hinten, wenn die jetzt, das habe ich nicht ganz verstanden, ob die jetzt elektrisch betrieben werden normalerweise und es gibt einen Notbetrieb mit diesem Rad, was der Kommandant hat oder also wie rum ist es? Nein, das ist immer Handbetrieb. Also zwischen Richtschütze und Kommandant ist sozusagen im Heck ein Rad angebracht mit zwei Kardanwellen und über dieses Rad wird entweder die linke oder die rechte Trommel angetrieben. Das ist immer händisch. Das heißt, die Trommel muss so lange gedreht werden, bis eine Granate in diese Laderinne fällt und dann ist dieser federbelastete Ansätze, der ausgelöst wird und praktisch die Granate in den Laderaum stößt. Und dann geht der Verschluss zu. Das heißt, wenn abgefeuert wird, geht die Kanone nach hinten, ein Verschlusskeil wird geöffnet und hinten geht, ich sage immer, ein Türchen rauf, das ist wirklich so im Turmwerk, ein kleines Türchen, das geht dann auf und da wird die Hülse sozusagen rausgespuckt. Und dann, sobald das abgeschlossen ist, muss einer von den zwei wiederum das Handrad drehen, je nachdem welche, man hat immer zwei Munitionsarten geladen, welche gebraucht wird. Und wie gesagt, zwölf Schuss kann er so in relativ raschen Folge abfeuern, dann muss er zurückfahren in Deckung. Der Trick ist, wir haben da die offene Munitionsluke neben dem Fahrer. Der Fahrer gibt die Granate nach oben, jemand steht hier, muss die Granate übernehmen und der Turm ist auf 9 Uhr oder 6 Uhr geschwenkt, wird unter Deck laufen und da wird einfach die Granate reingeschoben. Also man kann im Feld noch einmal eine Ladung nach? Zumindest einmal, ich glaube sogar zweimal von der Munitionsbeladung. Stimmt, ich bin schon immer neben dem Fahrzeug, also alle Daten weiß ich nicht mehr, aber... Alles gut, das kann ich ja noch eigentlich. Was vielleicht auch noch interessant ist, es hat im Kürse drei Turmvarianten gegeben. Ja, weil die ursprüngliche Variante war die FL 12, das ist die französische, da war alles Guss. Und dann gibt es die Variante, das sieht man da, dass da oben Schweißnitte sind. Da hat es gegeben den Turm Föst 1 von der Österreich-Vier und Föst 2. Das ist ein Föst 1 Turm, da sieht man das da aber teilweise geschweißt. Und beim Föst 2 Turm, der ist oben etwas breiter, wo man versucht hat für die Besatzung sozusagen ein bisschen mehr Schulterfreiheit zu schaffen. Ja, ich habe ja heute auch schon drin gesessen, das werdet ihr auch schon gesehen haben. Also wir haben ja auch einfach reingefilmt und so, da ist wirklich nicht viel Platz. Ja, also man fühlt sich mehr mit dem Fahrzeug verwachsen. Das stimmt wirklich, wenn man drinnen sitzt, man ist einfach mit dem Fahrzeug verwachsen. Weil Küresier kommt ja von diesen Küresieren und die hatten ja einen Harnisch, das war der Küras. Und ich sage immer, so wie man sich den Harnisch angezogen, muss man sich den Küresier anziehen. So muss man sich das vorstellen, ja. Was ich mich noch gefragt habe bei dieser Munitionsauswahl, die ja dann händisch erfolgt. Ja. Und es gibt ja in Anführungsstrichen nur zwei Besatzungsmitglieder im Turm. In einem normalen Kampfpanzerturm sind ja drei Personen. Hat das den Kommandant zusätzlich belastet, jetzt in seiner vielleicht Hauptaufgabe der Führung des Fahrzeugen? Nein, wesentlich nicht. Das war eigentlich nie ein Problem. Also in den Jahren der Ausbildung, ja. Ich meine, das, was den Küresier aus aufgezeichnet, wie er damals in Betrieb ging, hatte er bereits einen Laserentfernungsmesser, einen französischen Silas. Und das war damals topmodern. Das heißt, er musste Entfernung messen, musste das ablesen und die Optiken waren Entfernungsstrichplatten. Das heißt, er musste mit einer Nullmarke anrichten, dann Laser und dann hat die Entfernung abgelesen. Und dann musste er anhand der Entfernungsstrichplatte hochschwenken, so lange bis er die Entfernung erreicht hat und dann abfeuern. Das konnte sowohl der Richtschütze als auch der Kommandant. Also theoretisch hätten auch zwei Mann den Panzer komplett bedienen können? Ja, weil der Kommandant, also wir haben eine Turmhydraulik der Nacht, die ist ohne Druckspeicher. Das heißt, die Turmhydraulik läuft ständig, wenn ich sie einschalte. Es gibt keinen Druckspeicher, der sich irgendwann füllt und dann ist kurz Ruhe, nah, die Hydraulik rein ständig. Und der Richtschütze hat einen Doppelrichtgriff und der Kommandant einen Einhandrichtgriff. Eine Besonderheit ist auch noch, dass beim Kurassier die Kanone und das Koaxial-GMG nicht mit der Hand abgefeuert werden, sondern mit dem Fußpedal. Das ist eine Besonderheit, warum auch immer die Franzosen das gemacht haben. Das heißt, der Richtschütze hat unten zwei Fußpedale, das linke ist für die Kanone, das rechte für das Koaxial-GMG. Da gibt es aber Sicherungseinrichtung, das heißt, er muss einen Schieber nach außen drücken und dann kann er erst das Pedal runterdrücken. Das heißt, es war durchaus gefährlich bei der Kanone, das weiß ich noch beim Schwerfschießen, wenn man schnell abfeuern wollte, hat man es sozusagen schon entsichert, also rausgeschoben. Ja, und wenn man ein bisschen zu weit gedrückt hat, ist es passiert. Aber das waren Erfahrungswerte, ja. Ne, gut. Ich glaube, das war alles, was mir noch aufgefallen war. Sehr gerne. Herr Oberst, vielen lieben Dank, dass Sie mir hier noch reden und Antwort gestanden haben nach diesem langen Tag. Es ist ja das Ende von dem Tag, an dem wir ganz viel erlebt haben. Ja. Und vielen Dank nochmal für die Einladung, dass Sie mich abgeholt haben vom Bahnhof. Überhaupt kein Problem. Genau. Und Leute, ich kann euch wirklich den Kanal vom HKFW, vom Traditionsverband... Jerez Kraftverwiesen. So heißt der. Kann ich euch wirklich ans Herz legen. Link in der Videobeschreibung seht ihr auch jetzt hier oben irgendwo in der Ecke als hier Link oder auch im angepinnten Kommentar. Guckt euch die beiden Videos mit Herrn Oberst Posch an, aber auch einige andere Videos, die da toll gemacht sind. Die machen hier wirklich eine tolle Arbeit und machen auch tolle Veranstaltungen. Ich hoffe auch in Zukunft nochmal das eine oder andere wiederkommen zu dürfen. Und für dieses Video bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Los. 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 fly�j